Ganz herzlich willkommen zum DAX-Check am Freitag, liebe Zuschauer. Bei mir heute im Studio Maximilian Völkl. Gestern ist der DAX mit dem Plus von fast einem Prozent aus dem Handel. Die Angst vor dem Militärschlag gegen Syrien seitens der USA ist ein bisschen abgeklungen. Donald Trump hat ja gesagt, es muss nicht zu einem Schlag kommen oder auch doch. Er hat ja auch mit Theresa May sich mittlerweile beraten. Ist die Angst davor immer noch im Markt? Genau, also es ist natürlich schon noch die Angst da, aber er hat zurückgerudert. Donald Trump, der erste Twitter-Tweet, als er Russland mit Raketen gedroht hat, war mal wieder aus der Emotion heraus. Auch die Sprecherin des Weißen Hauses hat gemeint, der Militärschlag ist vielleicht eine Option, aber es ist noch lange keine ausgemachte Sache. Und das hat die Anleger eben wieder beruhigt. Der DAX ist gestern gestiegen, auch heute hat er relativ freundlich eröffnet. Wir sind jetzt über 12.400. Von daher, es ist jetzt noch nicht aus dem Markt, aber es hat sich wieder etwas entspannt, diese ganze Syrien-Konfliktsache. Dann schauen wir uns gleich mal die Chart-Technik an und schauen auf den Sechsmonatschart. Da sieht man das Ganze ein bisschen besser. Trotzdem, die Kurs noch nicht vom Eis. Aufwärtstrend ist jetzt noch nicht wieder etabliert. Genau, also es ist nach wie vor so. Wir sind jetzt in diesem Bereich 12.400 bis 12.600, 12.580, das alte Hoch. Noch sind wir in diesem Seitwärtstrend, aber wir sind jetzt an der oberen Begrenzung. Und sollte es jetzt hierüber hinausgehen, dann können wir wirklich wieder von einem Aufwärtstrend sprechen. Dann würde sich das Bild aufhellen. Aber wie gesagt, Donald Trump mit seinen Emotionen, mit seinen Twitter-Tweets. Es kann einfach in jede Richtung gehen zurzeit. Es geht sehr schnell und die Volatilität bleibt wahrscheinlich deswegen auch hoch. Wir schauen uns jetzt noch das Produkt an, das ja seit Montag aktiv ist, das Kollege Bergmann rausgegeben hat sozusagen. Da sind wir gleich eingeblendet. Läuft auch mittlerweile sehr gut. Wir sind ordentlich im Plus. Genau, wir sind jetzt im Plus. Man sieht es ja, wir sind jetzt an der oberen Begrenzung. Wir haben da die Meter gemacht. Wir sind über 12.400 schon hinaus. Und wir bleiben natürlich jetzt auch long, denn wir setzen darauf, dass jetzt die Earning-Saison beginnt auch in den USA. Wir setzen darauf, dass hier auch neue Impulse von Unternehmensseite kommen. Und dann sollte es Richtung 12.600 gehen und sollte dieser Widerstand eben überwunden werden, dann sind auch weiter steigende Kurse möglich. Und mit dem Turbo Long sehen wir uns da relativ gut positioniert. Und wie gesagt, wir sind ja jetzt auch schon im Plus. Gut, dann Dankeschön für heute. Danke auch Ihnen. Jetzt hören Sie schon mal ein schönes Wochenende. Am Montag gibt es den nächsten DAX-Check. Bis dahin, auf Wiedersehen.